hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stimmi ja heute haben wir den 11 dezember und wir machen das 11 türchen vom ravensburger kalender auf und jetzt kommen erstmal die grüße und zwar grüße ich den max magowitschka ich grüße den alpha banane ich grüße den colin banner ich grüße den jens becker die leute haben alle grüßt mich bitte geschrieben wie es video von gestern gesagt habe wollt ihr auch begrüßt werden dann schreibt es hier in die kommentare aber nicht alle doppelt jetzt ich grüße jetzt in jedem video nur einmal ich schreibe mir auch die namen auf ja wir öffnen jetzt mal türchen nummer 11 da ist wieder ein ball drin puzzle ball gestern waren ja memory karten drin so dann öffnen wir mal das türchen nummer auf und wir haben noch 13 tage bis zu weihnachten in den müll so ist ja sonst nichts mehr drin hier ist auf jeden fall was grün weißes drin das könnte werder bremen sein so öffnen wir das tütchen mal so ich hoffe ich kann es hier noch drauf puzzeln so wie gehabt vier teile zusammen machen und dann kommt der zeitraffer so hier haben wir schon mal die 1 das ist ja schon mal prima erst mal alles drehen hier dass ich die zahlen sehe leider kann ich nicht so oft in die kamera schauen weil ich hier die zahlen sehen muss und die teile weil manchmal gesagt wird in den kommentaren ist mehr in die kamera schauen aber er puzzelt schon so die 1 brauchen wir gleich die 2 die haben wir hier so kommt dann so hier mit die nummer 3 wird uns so hier rein gemacht und die nummer 4 so so sieht das schon mal aus vier teile und jetzt kommt der zeitraffer dann ja 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 So. Der Puzzleball ist fertig von Werder Bremen. Jo. Morgen haben wir den 12. Da seht ihr es schon. So. Und Werder Bremen ist hier auf Platz Nr. 13. Und zack rein. Jo. So wie gesagt. Wenn ihr gegrüßt werden wollt. Schreibt es in die Kommentare. Und dann werdet ihr gegrüßt. Und ja. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Gebt ordentlich Likes auf das Video. Und falls du noch kein Abonnent bist. Und dir mein Kanal gefällt. Kannst du es kostenlos abonnieren. Und bis morgen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.